Und endlich! Hallo! Hallo! Ich hab mein fünfter Mann fehlt, der mit in die Mitte fällt. Das warst du super! Mist! Fast, ne? Achso, ne 1. Jetzt schnell, jetzt ist der Torwart nicht mehr! Schmeiß rein! Ja, Mann! Peter, du kannst das gar nicht! Nee, hab ich auch nie gesagt, das ist... Aber... Irgendwas muss der Mensch noch nicht hören. Also, hier meine ich meine... Oh Gott, aber... Du wirst aber aufgelacht! Jetzt komm auf! Fast! Hast du gesehen, Peter, ne? Oh, komisch! Mach keinen Scheiß da hinten! Haha! Ah! Aber Malte kann das, ne? Ja, ja! Schiss war gar nicht schnell! Ah! Ich bin das Drehen gewöhnt, Leute! Peter, dafür siehst du gut aus! Darf ich mal ein bisschen drehen? Komm, ein Turm, wir sollen auch schießen, ne? Einer hat ein Turm! Das war brillant! Er zeige dich mal, da hast du was gehört! Also, ein bisschen Lobton wäre auch gut! Sehr gut! Oh! Peter, wie eine Wand! Obwohl er gar keinen Verscheidung macht! Das ist... Nein! Das ist... Das... Scheiße! Ich muss aber auch ein... Das kann ich jetzt falsch machen! Also, was machen wir jetzt mal auf? So, Peter, jetzt mach mal was! Gib dir mal ne Chance! Das kann in Stunden! Danke! Wie könnte... Stunden! Ja! 1-1! Besser geht's noch gar nicht! 1-1! Entscheidungsfeld! Entscheidungsfeld! Oha! Da hab ich den Mund zu voll genommen! Bitte halten! Don't go! Ja! Jetzt... Der Kopf entscheidet das Spiel! Genau! Ich bin mental jetzt auch wieder auf der Höhe! Und von Peter, das muss ich gar nicht jetzt! Hier! Scheiße! Oh! Ah!